Alltägliche Dinge, deren Zweck total logisch ist, die Sie aber auch für ganz andere Sachen verwenden können. Heute Zwiebeln. Ja, wieder die Zwiebel, denn sie ist ein Allrounder, macht sich gut im Salat, in ihren Haaren und am Fenster. Einfach halbieren, die stark verschmutzte Fensterscheibe mit der Zwiebel einreiben und dann ganz normal polieren. Zwiebeln sind der perfekte Fensterreiniger. Man kann aber auch Bomben damit bauen.